Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil. Ich reagiere, ich zeige euch das neue Catrice Sortiment Update. Ich bin schon ein bisschen wurschig im Kopf, denn das ist tatsächlich schon der dritte Teil und die dritte Stunde, wo ich über die neuen Produkte rede. Catrice hat ein komplettes neue Sortiment Update rausgebracht und diesmal sind super, super viele spannende Produkte mit dabei gewesen. Ich dachte mir, ich teile das Ganze in drei Teile auf. Eventuell habt ihr schon die ersten zwei Teile gesehen, Montag und Mittwoch sind sie online gegangen. Falls ihr sie nicht gesehen habt, ich verlinke euch beide Teile unten in der Infobox oder hier am MMI. Und heute fokussieren wir uns auf die Lippen, denn wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene, 9 verschiedene Lippenkategorien mit diversen Farben, Lippenstifte, Lip Liner, Lipglosse in verschiedenen Versionen, Liquid Lipsticks, Powerful Five, Everything. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt. Falls ihr neu seid und es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Damit verpasst ihr keine Videos. Und nächsten Montag wird es ein Video geben, da werde ich die Produkte, die ihr euch ausgesucht habt, aus den verschiedenen Videos in einem Fullface-Video schminken. Ich will heute so ein bisschen über die Lippenprodukte reden, meinen ersten Eindruck dazu geben, euch wirklich alle Farben einmal zeigen, weil ich finde es schade. Und ich habe es in den letzten Jahren gemerkt, immer wenn ich neue Sortiment-Updates gezeigt habe, ich kann euch gar nicht alles zeigen. Und vor allem hat Catrice dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viele neue Produkteinheiten es geworden sind, ich würde mal sagen, über 100 sind es auf jeden Fall und das kriege ich nicht in einem Video. Deswegen habe ich mir gedacht, komm Freunde, wir haben Zeit, ich habe drei Videos die Woche, show me someone, ich zeige euch alles. Und wir starten tatsächlich auch mit dem ersten Produkt. Und das ist ein Plumping Lip Liner mit Maxi Lip, ein Trademark. Das soll ein Lip Liner sein, der vegan, wasserfest und wischfest sein soll. Mit Anspitzer hier hinten dran, kommt in der Farbe Stay Elegant. Ich weiß nicht, ob es den schon gibt in anderen Farben. Das ist so ein, ja, ein schönes Rot. Ich trage natürlich jetzt schon was auf den Lippen, wir werden das gleich aber abmachen, weil ich das unbedingt probieren muss. Das soll angeblich die Lippenkontur dann so ein bisschen voluminöser machen. Und das finde ich ganz spannend, denn oft sehe ich bei aufgespritzten Lippen den Trend, entweder es ist Ente oder es ist sehr schön. Und es gibt so einen Unterschied zu Russian Lips und Full Lips. Und Russian Lips ist, wenn die Lippenlinie so ein bisschen mehr geplammt ist. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist jetzt eine Farbe, die man wahrscheinlich gut im Frühjahr tragen kann. Man kann bestimmt auch, oh krass, das ist schon wischfest. Ich wollte es gerade ausblenden. Also es trocknet gerade an, es lässt sich kaum verwischen. Bin ich super, super gespannt, wie sich das verhält. Ich bin sehr gespannt bei den Lippenprodukten. Vor allen Dingen gerade durch die aktuelle Zeit ist es ja so, dass wir so ein bisschen gucken müssen. Okay, der Lippentrend hat sich natürlich komplett erst Luft aufgelöst. Jetzt kommt es langsam so wieder. Und der Trend geht aber in eine andere Richtung, habe ich das Gefühl. Diese Natural Lip Colors, die so ein bisschen der natürlichen Lippenfarbe entsprechen. Und zu den super long lasting Lip Plumping Produkten. Und da muss ich sagen, ist das schon echt ein spannendes Sortiments Update gewesen. Wir haben eine Kategorie mit den meisten neuen Produkten. Und das ist eine neue Reihe. Das sind die Drunk and Diamonds Plumping Lip Balms. Gibt es in fünf verschiedenen Farben. Ich gehe mit euch alle durch. Kommt in dieser Verpackung, ist so eine klassische Verpackung, ist eine sehr, sehr schöne Farbe, ist so ein Babyrosa. Uh, oh wow. Ah, okay. Verrückt. Ich blende es euch mal ein. Das ist eine Farbe, ein Lippenbalsam, aber da sind Glitzerpartikel drin. Und in der Farbe 030 scheint das Ganze jetzt so ein bisschen bläulich-rosa zu glitzern. Wir swatchen das Ganze mal. Ihr werdet nicht viel sehen. Farbe ist aber auf jeden Fall da. Riecht ganz, 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 ganz leicht, würde ich sagen. Und dann haben wir die Farbe 010. Das ist ein... Oh wow, wie schön. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Nee, ihr werdet es jetzt so nicht erkennen. Ich zeige es euch in der Einblendung. Das glitzert ganz, 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 ganz toll auf dem Stift. Das, würde ich sagen, ist fast durchsichtig. Erinnert mich so ein bisschen an die Huda Beauty Lipglosse, die ja gerade total gehypt sind. Weil da so Glitzerpartikel mit drin sind. Ich würde sagen, man sieht es jetzt aber so selber gar nicht mehr. Und gibt einfach so einen schönen frischen Kick auf die Lippen. Hier haben wir die Farbe 020. Die ist so ein bisschen orangefarbener. Ich habe es natürlich jetzt in einer falschen Richtung. Man kann die Farben definitiv aufbauen. Und ja, man sieht den Glitzer jetzt nicht mehr. Es ist ein super, super schönes Design. Ich finde die Form tatsächlich auch super spannend. Die 010 hatte ich doch schon. Ah, vielleicht sind es auch doch nur vier Farben. Oder drei Farben. Ich habe nämlich dreimal die 010. Es sind drei verschiedene Farben tatsächlich. Aber sehr schön. Kann ich mir gut als Blush vorstellen. Dadurch, dass sie recht leicht und so ein bisschen flüssiger und leichter deckender sind, ist das eine sehr schöne Formulierung, um einfach Frische auf die Lippen zu geben. Sie riechen jetzt nicht unangenehm. Ich rieche tatsächlich selber jetzt gerade gar nichts. Optisch aber super, super spannend. Bin ich sehr gespannt, die auch wirklich mal auf den Lippen auszuprobieren. Dann geht es weiter mit drei neuen Farben aus der Clean-ID-Reihe. In der Clean-ID-Reihe wurde ja darauf geachtet, dass gar nichts mehr mit drin ist, außer das, was drin sein muss. Wir haben kein Mikroplastik, kein Silikon und kein Mineralöl. Die sollen Feuchtigkeit spenden und auch so einen kleinen Plumping-Effekt haben. Ich weiß nicht, ob Plumping-Effekt mittlerweile nur optisch Plumping sein soll oder ob es wirklich dieses Bitzelnde ist. Da hat Catrice ja auch tatsächlich welche. Aber wir starten mit der Farbe Rosy Tulip 010. Das ist eher so, ja, ich würde es fast als, ja, durchsichtig leicht gefärbt beschreiben. Super, super glossy. Das ist nicht so ein Gloss, den ich gerade drauf habe. Ich habe einen Gloss, da sind Glitzerpartikel mit drin. Hier sehe ich tatsächlich keinen einzigen Glitzerpartikel. Sehr glossy, fühlt sich auch nicht klebend an, wenn man es anfasst. Super spannend. Dann haben wir die 020 Dahlia. Wird ein bisschen mehr Farbe haben, geht auch so ein bisschen, ja, ins rosa Farbenere. Ihr werdet es jetzt nicht so gut auf meiner Hand erkennen können. Aber hier ist tatsächlich ein bisschen mehr Farbe mit drin. Ich liebe den Duft, ganz, ganz leicht, nicht so intensiv. Und eine Farbe, die so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Bums hat, ist die Farbe Lily. Okay, aber ihr seht das, ne? Also das ist wirklich mini, minimale Farbunterschiede, die man vermutlich kaum noch auf den Lippen sehen wird. Sehr, sehr spannend für verschiedene Nude-Lips, kann ich mir das gut vorstellen. Wenn ihr nicht auf diese Glitter-Lips steht, ist das bestimmt eine Version, die man auch mal ohne Lippenstift tragen kann. Die die eigene Farbe so ein bisschen bestätigt. Wenn ihr sagt, okay, eure Lippen sind ein bisschen apricotfarbener, nehmt ihr die 3. Wenn sie ein bisschen neutraler sind, die 2. Und wenn es euch völlig egal ist, dann nehmt ihr die 1. Super spannend, fühlt sich gut an. Dann haben wir zwei neue Farben der Volumizing Lip Booster. Die waren, glaube ich, auch letztes Jahr die meistgekauftesten Lippenprodukte. Verstehe ich auch. Die sind nämlich super, super gut. Die geben der Lippe tatsächlich wirklich so ein bisschen mehr Volumen, dadurch, dass es ein bisschen besser durchblutet wird. Wir haben hier die Farbe Ice Ice Baby. Ist so ein recht kühler, frostiger, durchsichtiger Ton. Ja, werdet ihr jetzt hier nicht sehen. Riecht tatsächlich auch wie diese klassischen Volumizing Lip Booster. Und die Farbe finde ich super schön. Da sind nämlich auch Glitzerpartikel mit drin, die natürlich noch ein bisschen mehr Reflex geben. Und das ist die Farbe Every Berries Darling. Oh ja, wunderschöner, rötlicher, roséfarbener Ton. Ihr seht den Gloss-Effekt auf meiner Haut. Ich liebe dieses Licht hier, was ich hier an der Seite habe. Das ist im Gesicht immer ein bisschen scharf. Aber gerade bei Lippenprodukten finde ich es immer super spannend zu sehen, wie die Farben dann wirklich auch auf meiner Hand sind. Natürlich hat mein Unterarm nicht dieselbe Lippenfarbe oder dieselbe Farbe wie meine Lippen. Aber so könnt ihr die Farben einfach mal sehen und schauen, wie sie euch gefallen. Super spannend, schöne Ergänzung. Worauf ich super, super, super gespannt bin, ist der Volumizing Extreme Lip Booster Sour Mood. Sauer. Den testen wir gleich. Vorher möchte ich mit euch aber über vier neue. Ich glaube, die sind ganz neu. Better Than Fake Lips Volume Glosseräden. Auch hier ist ein Trademark Voliolip mit drin. Catrice hat ziemlich rausgehauen mit Trademarks letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr. Also die haben sich tatsächlich viele Namen auch schützen lassen. Finde ich super, mache ich tatsächlich auch. Sobald ich einen Namen habe, den ich habe für irgendein Produkt, was irgendwann mal rauskommen soll, ist ein Patent drauf. Liebe ich, ist eine super Sache. Wir haben hier die Farbe Maximum Glow. Erinnert mich so ein bisschen an die Fenty Lip Glosser. Glosser, auch ein ganz anderes Lippen-Applikator-Ding. Eher so diesen Doe-Foot-Applikator. Nicht so einen klassischen kleinen Lip Gloss-Applikator. Der ist durchsichtig, hat aber auch Glitzerpartikel mit drin, die einfach so ein bisschen mehr reflektieren. Ist ein sehr schöner, frostiger Ton. Auch der hat jetzt keinen besonderen Duft. Ist auch vegan. Generell, Catrice, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Video oder in einem der letzten Videos gesagt habe, Catrice ist ziemlich krass auf vegan gegangen. Super Sache. Ich habe es jetzt kein Produkt gesehen, aktiv gesehen, was nicht vegan ist. Sehr, sehr spannend. Dann haben wir hier die Farbe Dazzling Apricot. Auch hier ist Mini-Mini-Mal Glitzer drin. Aber das ist so fein, dass man das gar nicht sehen kann. Apricot passt tatsächlich, geht wirklich so ein bisschen in die Apricot-Richtung. Hat aber wesentlich weniger Farbe als beispielsweise die von eben. Und dann zwei super spannende Farben, die meiner Mutter super gefallen werden. Ist die Farbe Plumping Pink. Ein Hot Fuchsia Pink, was aber natürlich dadurch, doch krass, das hat echt gutes Pigment. Also ihr seht das, gibt gut Farbe ab. Auch das kann ich mir für so einen oily, glossy, total untragbar im Alltag auf den Wangen vorstellen als Blush. Und zu guter Letzt die Farbe Lifting Nude. Das ist eine Farbe, die finde ich sehr spannend, vor allem wenn ihr dunklere Haut habt. Einfach so einen leichten Touch an Farbe. Geht aber trotzdem noch in diese Pinky, ja fast, wer ist das, Flaumen-Nude-Richtung. Sehr, sehr schöne Farben, super natürlich. Das muss ich sagen, also das ist alles recht natürlich. Ich finde bei Glossen ist es eh recht schwierig, bunte Glosse rauszubringen. Es ist total untragbar, so ein blauer Lipgloss für uns alle. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wer von euch trägt im Alltag einen blauen Lipgloss. Wir haben vier weitere Lippenstifte, beziehungsweise Lippengele. Und auch das ist eine neue Textur in dieser Powerful 5 Edition. Wir haben hier die Farbe 020, diesmal gehen wir in der richtigen Reihenfolge 10, 20, 30, 40. Die sollen mit Blumen- und Kräutenextrakten versetzt sein und einfach ein bisschen Farbe geben. Ich bin gespannt, ob ich es aufkriege. Wir haben hier die Farbe 01, auch das ist total süß. Das sind diese Kleinigkeiten, die dann am Ende zählen. Hier ist so ein Papasgras, Papasgras draufgepresst. Das ist die Farbe 010, Flower & Turb. Riecht tatsächlich auch nach nichts jetzt direkt. Gibt sehr, sehr gut Farbe ab. Das ist so ein Produkt, das kann man mit Sicherheit gut als Blush benutzen. Auch das sind so Produkte, das macht im Moment schon Sinn, wenn man so ein klassischer Lippenstift, der verschmiert mit Sicherheit recht schnell. Aber wenn so eine leichte Färbung nur da ist, der hat gut Deckkraft, aber nicht zu doll, dann sieht das nicht ganz so schlimm aus, wenn man eine Maske drüber trägt. Und wenn man das dann noch eventuell fixiert mit einem Lipfix oder so, allah wird. Doch so ein bisschen kräuterig riecht es tatsächlich. Aber nicht so Ricola-Kräuterig, sondern ein nettes Kraut. Die Farbe 020 ist wesentlich pinkstichiger, hat extrem gut Deckkraft. Also ich gehe hier ein paar Mal rüber. Ihr seht, es ist trotzdem ein Glossy-Finish, also so ein klassisches Lippenstift-Finish. Aber eine sehr schöne, frühlingshafte Farbe. Dann haben wir die 030, die definitiv mehr ins Rötliche geht und auch einen guten Blauanteil mit drin hat. Wunder, wunderschöne Farbe. Das sind Farben, die möchte ich gerne als Blush benutzen. Selbst wenn ihr sagt, okay, trage lieber ein Liquid-Lipstick aus der Mud Pro-Ink-Reihe. Nehme ich die als Blushes, weil Blushes hatten wir in diesem Update nicht mit drin. Und zu guter Letzt haben wir noch die Farbe 040. Auch das ist ein Rot. Noch ein bisschen anders. Das ist noch kühler. Wow! Wahnsinnig schöne Farben. Ich glaube, da ist für jeden was mit dabei. Ich persönlich würde jetzt für den Alltag tatsächlich in die 010 tendieren. Und je später der Abend wird, desto röter würde ich damit auch gehen. Finde ich super spannend. Ist mal eine neue Textur. Bin ich sehr gespannt. Denn ihr müsst wissen, durch die leider immer noch andauernde Situation hat sich natürlich ganz, ganz viel in der Make-Up-Welt verändert. Die Trends sind komplett anders geworden, als eigentlich vorhergesagt wurde. Konnte ja niemand vorhersehen. Es war eher gesagt, okay, wir gehen weiter in diese Matte Super Permanent Lip Colors, Lip Stains. Und jetzt gehen wir zurück in dieses Natürliche. Auch die Base-Produkte, die ihr gesehen habt, gehen in diese natürlichere Richtung. Wir verbessern das, was schon da ist. Wir unterstreichen das, was schon da ist. Super spannende Geschichte. Das sind ja diese Chili-Lip Glosse, diese Plumping-Lip Glosse Volumizing Extreme. Und den gibt es jetzt in Grün. Und hier steht drauf Sour. Und ich denke mir jetzt, der ist sauer. So, wollen wir ausprobieren, ob der sauer ist. Er riecht tatsächlich so ein bisschen zitrisch, aber nicht so Klostein-zitrisch. Farblich ist er auch ein bisschen grünlich tatsächlich, aber nur mini-minimal. Wahnsinn. Okay, krass. Ich hatte ehrlich gesagt gerade so ein bisschen Angst. Dass der wirklich sauer ist. Der ist sauer, aber, also wenn ihr den anderen kennt, der ist ja wirklich scharf. Und der ist so ein bisschen frischer. Das ist ein Umfangs. Clever. Clever. Haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Im Sommer ist mir dieses Chili viel zu scharf. Da ist mir schon heiß. Da habt ihr den Effekt aber nochmal, obwohl ihr euch, also ihr bildet euch ein, ihr beißt in so eine Zitrone oder in so eine Limette. Und das Gehirn macht daraus, so wie bei Gurke, es ist frisch. Wahnsinnig verrückt. Bin ich super gespannt. Ich liebe die Lippenkombinationen, die ich auch gerade drauf habe. Und ich bin super gespannt, welche Produkte wir alle in dem Video am Montag testen sollen. Das waren tatsächlich alle Lippenprodukte aus der neuen Reihe von Catrice. Schreibt mir gerne eure Favoriten einmal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie die Produkte funktionieren und was ihr dazu sagt. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns am Montag wieder. Habt ein zauberhaftes Wochenende, ihr Süßen. Tschüss.